Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for S1 unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen Schatz zeigen, den man ein bisschen schwerer finden kann. Und zwar handelt es sich hier oben um Dazars vergessene Truhe. Und den hatte ich jetzt auch ein bisschen gesucht gehabt, bin jetzt drauf gekommen, wie man ihn findet. Und den braucht man quasi für ein Schätze-Achievement hier aus Zuldazar. Ich bin einmal hier oben vor der Instanz und zwar hier. Also ich denke mal, den Weg dürftet ihr finden zum Instanzeingang. Da müsst ihr nämlich hier den Weg hochlaufen, der ist ja auch eingezeichnet. Aber es gibt hier auch einen Weg abseits des Instanzeingangs, denn man kommt auch in die Instanz rein, ohne quasi wirklich durch das Instanz-Gate zu gehen. Denn es gibt nochmal eine andere Instanz hier, die in der Instanz ist und deswegen muss man irgendwie hier über diesen Goldweg quasi einmal hochlaufen. Also quasi ihr läuft hier diesen Goldweg hoch, seid dann hier in der Instanz an sich drin. Also könnt ihr auch über rumlaufen, da sind auch Mobs drin. Auch übrigens der Rare, den ich eben gekillt habe. Also ihr seht, ihr könnt dann hier runterlaufen über die Treppe und seid in der Instanz. Und dann ist es aber so, dass es hier nochmal einen Weg weiter gibt, den ich jetzt hier weiterlaufe. Und der ist dann quasi, scheint dann hier aus zu sein. Aber man kommt dann hier hinter dem Stein durch und dann hat man hier so einen kleinen Pfad hinter dem Wasserfall entlang, einmal ganz an der Wand entlang. Und dann hinter der Ecke müsste dann gleich diese Truhe sein. Und ja, da seht ihr es schon, da ist die Kiste. Ist eigentlich, wenn man weiß, wo es ist, relativ easy zu finden. Aber ich bin da eine Weile unten rumgelaufen, habe sie gesucht. Und ja, das habe ich jetzt wieder quasi einen weiteren Punkt hier in Zuldersaar für mein Schatzkisten-Achiefment. Moment, wo haben wir es da? Zuldersaar. Ich brauche jetzt nur eine Schatzkiste. Und ja, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Euer Telaar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.